Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich bei so einem Brita Wasserfilter hier die Kartusche richtig wechseln kannst oder für den Erstgebrauch richtig vorbereiten kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn in deinem Wasserfilter hier jetzt schon eine verbrauchte Kartusche drin ist, dann müssen wir erst einmal hier oben den Deckel runternehmen, diese Kartusche hinausnehmen, am besten mit zwei Fingern mal hier reingreifen, dann lässt sich diese nämlich auch schon entfernen und diesen Zwischenbehälter hier können wir auch schon mal raus machen, dass wir dieses ganze Zeug jetzt erst einmal mit warmem Wasser auswaschen. Wenn das geschehen ist, können wir diese verbrauchte Kartusche jetzt entweder wegschmeißen oder der Umwelt etwas Gutes tun und sechs Stück von diesen sammeln, um danach beim Kundenservice anzufragen und diese kostenlos zu Brita zum Recycling zurückschicken zu können. Danach geht es mit der Anleitung so weiter, als wie würden wir das Gerät zum ersten Mal verwenden. Und zwar müssen wir jetzt den Behälter einfach mal mit etwas Wasser vollfüllen. Das sollte jetzt auf jeden Fall schon reichen. Und wir öffnen einmal unsere neue Filterkartusche. Hierfür am besten hier oben einmal entlangziehen und schon ist dieser nämlich offener. Als nächstes ganz einfach in den Wasserbehälter hier reinlegen und dann einfach hin und her wackeln, so lange, bis wirklich überhaupt keine Luftblasen mehr kommen. Denn nun muss einfach einmal die Luft von dem Filter hier drinnen entweichen. Die Luft ist ganz draußen, weswegen ich jetzt den Filter hier einfach einmal nehme, in meinen Zwischenbehälter hier hineingebe und das Wasser hier kann ich wegschütten. Am besten natürlich für irgendwelche Blumen zum Gießen verwenden. Den Filter hier müssen wir jetzt in den Zwischenbehälter noch mit unseren Fingern etwas reindrücken. Natürlich nicht zu viel Druck, dass das Ganze hier einfach außen schön abgeschlossen ist und unten ist der Freiraum auch ganz normal. Unseren Zwischenbehälter hier können wir jetzt schon einmal in unseren richtigen Behälter hineingeben, etwas Druck darauf geben, dass dieser auch wirklich fest sitzt und jetzt einfach mal das Wasser bis ungefähr hier oben hin ganz normal auffüllen. Das sollte bei mir jetzt auch schon reichen und jetzt lassen wir nämlich einfach mal das Wasser hier komplett durch den Filter hier unten durchlaufen. Das Wasser hier wurde jetzt zum ersten Mal gefiltert, jedoch sollten wir dieses Wasser noch nicht trinken und auf jeden Fall wegschütten, denn es kann sein, dass bei den ersten zwei Durchgängen sich aus dem Filter hier noch kleine schwarze Kohlepartikel lösen, die dann hier unten im Wasser drinnen sind und die möchten wir natürlich nicht mit trinken. Doch im Notfall, sie werden auch nicht gesundheitsschädlich. Das Wasser also wieder ausschütten oder für Blumen zum Gießen verwenden, erneut auffüllen, das zweite Mal jetzt filtern lassen und auch diesen Durchgang jetzt am besten noch einmal einfach wegschütten. Wenn wir das insgesamt also zweimal gemacht haben, können wir jetzt das dritte Mal den Behälter füllen und diese Wasserladung können wir dann auch endlich gefiltert dringend. Während das Wasser im Hintergrund gefiltert wird, schauen wir uns mal diese Anzeige hier an, welche in etwa angibt, wie lange mein Filter noch verwendbar ist. Um diese zu starten oder beziehungsweise neu aufzuladen, müssen wir hier oben auf Start ca. 5 Sekunden draufdrücken, bis nämlich diese Balken hier bei 100% angelangt sind und zum Blinken anfangen. Jetzt ist meine Anzeige, wenn mich wieder zurückgesetzt, so wie es sein sollte und diese hält in etwa 4 Wochen lang. Wenn mein Display hier jetzt nach ca. 4 Wochen auf 0% runtergegangen ist, also keine Anzeige hier mehr zu sehen ist, dann muss die Filterkartusche gewechselt werden, da entweder diese schon erschöpft ist oder laut Brita es nach 4 Wochen auch verstärkt zur Keimbildung kommen kann, was wir natürlich nicht haben möchten. Zum Schluss noch den Deckel hier oben richtig rum draufsetzen, hierfür einfach mit etwas Druck arbeiten und wir können unser Leitungswasser jetzt gefiltert genießen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens mehrere solche Kartuschen auf einmal kaufen möchtest, um einfach Geld zu sparen oder dir so einen neuen Brita Wasserfilter zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir als eins von diesen Untersielen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.